Marian Grunnen ist jetzt bei mir im Studio. Ja, der Iran zündet im Nahen Osten weiter. Wird es da möglicherweise einen Krieg in der ganzen Region geben? Ja, das befürchtet man zumindest, denn der Iran zündelt überall über seine Milizen in den verschiedenen Ländern. Und gleichzeitig wächst die Angst vor einem Krieg zwischen Israel und dem Libanon, wo die Hisbollah ja aktiv ist. Wir wollen uns das nochmal im Detail anschauen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Netzwerk des Irans im Nahen Osten. Der Iran, der hat in den verschiedenen Ländern Unterstützer-Netzwerke und Milizen, die er ganz konkret anheizt und immer wieder dazu ermutigt, Anschläge zu verüben. Werfen wir zum Beispiel einen Blick hier auf den Libanon. Der Libanon, da ist die Hisbollah, die wird vom Iran unterstützt. Bei in Syrien auch das Assad-Regime, aber eben auch schiitische Milizen, die dort unterstützt werden. Und im Irak auch wieder schiitische Milizen, wo dann auch immer wieder Anschläge verübt werden. Auch hier unten im Jemen, da sehen wir es und da haben wir auch in der Vergangenheit sehr häufig drüber gesprochen, auf die Anschläge, auf die Tanker zum Beispiel, auf die Entführungen von Schiffen. Da sind die Houthi-Rebellen für verantwortlich und auch diese Milizen werden vom Iran unterstützt und immer wieder zu diesen Anschlägen angestachelt. Wir wollen uns aber auch einmal anschauen, welche Konflikte ganz aktuell in der Region in den vergangenen Tagen aufgebrannt sind. Und das sehen wir dann auf der nächsten Grafik. Denn da sehen wir eben, dass zum Beispiel der Iran und Pakistan sich immer wieder beschossen haben. In diesem Bereich, wo eigentlich es lange keine Raketen gab, wird immer wieder beschossen aktuell. Die beiden Länder haben jetzt gesagt, dass sie damit aufhören möchten. Trotzdem eben tagelang dieser Beschuss beidseitig da. Dann hat es im Irak einen Angriff auf den Stützpunkt ein Al-Assad, eine US-Militärbasis gegeben. Auch hier geht man davon aus, dass das eben Milizen waren, die vom Iran angestachelt wurden. Die US-Amerikaner, die haben jetzt einen Angriff geflogen im Jemen auf die Hafenstadt Al-Hudaida. Dort hat man eben auch Houthi-Rebellen vermutet. Die Amerikaner wollten da diese Gefahr also ausschalten. Im Libanon, da hat es auch einen Militärschlag gegeben und zwar in Damaskus. Da wurden iranische Revolutionsgarden ausgeschaltet, vier insgesamt. Da gibt es keine offizielle Bestätigung für. Aber Iran macht dafür Israel verantwortlich. Da liegt also der Verdacht da, dass dort diese Revolutionsgarden gezielt ausgeschaltet wurden. Wir wollen uns aber auch nochmal diesen Konflikt Libanon und an der nordisraelischen Grenze genauer anschauen. Denn da ist eben aktuell die Hisbollah, die auch immer wieder Raketen auf Israel abfeuert. Und da befürchtet man natürlich, dass das Ganze eskalieren könnte. Und wie das dann aussehen würde, das wollen wir uns nochmal im Detail anschauen. Denn tatsächlich hat die Hisbollah Raketen, die eine enorme Reichweite haben. 1000 Kilometer Reichweite, Sprengkopfe von 500 Kilogramm, die da zum Einsatz kommen würden. Diese Raketen sind mehrheitlich auch aus dem Iran und vom Iran zur Verfügung gestellt. Das große Problem ist eben, dass die im ganzen israelischen Gebiet Kraftwerke, Flughäfe, Häfen oder auch eben Militärbasen oder Einkaufszentren, also auch zivile Ziele erreichen könnten. Israel hat natürlich auch Pläne, wie man dann vorgehen würde. Sollte es zu einem Raketenangriff kommen, dann müsste man eben die Hisbollah weiter zurückdrängen. Da müsste man aber dann 20 bis 30 Kilometer auf das Gebiet des Libanons, hier oben zu dem Fluss Litani. Und da versuchen die Hisbollah hinter diesen Fluss zurückzudrängen. Also wir sehen es aktuell, ein echtes Pulverfass in vielen Gebieten dort, Anschläge oder Beschuss mit Raketen. Man kann nur hoffen, dass sich das Ganze wieder beruhigt und der Iran nicht weiter zündelt. Absolut, beunruhigend. Vielen Dank für die Information, Marian Grunnen. Vielen Dank.